48,5 Kilogramm von Köln. Und dann lief Sascha Städte noch zusammen in den Kreis der 600. So, sieh sieh, warte ich noch mal aufs Luft. Ja, das ist kein Spiel. Ja, die hohen Arten, das ist nicht nur von Köln. Füße von Köln, 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 Köln! Stieel! Stieel! Unbelanglich! Wir kommen im Kreis der 600er! Sie sind bündig in der Wehrtung.